Ich möchte in diesem Film heute ganz verschiedene Fragen ansprechen. Fragen, die uns in diesem allgemeinen täglichen Leben alles sehr berühren. Einen vielleicht sehr unmittelbar verständlichen, stellen die Vögel da, die in unserer Landschaft vorhanden sind, die wir draußen alles sehen können, die wir im Winter füttern. Und wo wir dann erkennen, dass es im Frühjahr ein paar mehr werden, weil Arten aus Südeuropa hinzukommen. Während manche Arten, die im Winter aus Nordeuropa zu uns kommen, dann schon wieder weg sind. Und ich stelle einfach die Frage, was wird beobachtet? Sind es mehr oder sind es weniger? Ja, fehlen bestimmte Arten, werden bestimmte Arten häufiger oder seltener. Und zunächst einmal muss man sich dabei bewusst sein, wenn zeitweilig bestimmte Arten da sind und zeitweilig bestimmte Arten verschwinden, dann ist das ganz normal. Dann gibt es das in der Natur und das kann man als Fluktuation bezeichnen. Es kommt einfach vor, dass zeitweilig bestimmte Arten mehr und bestimmte Arten weniger vertreten sind. Das hat jeweils seine Ursachen, aber diese Ursachen müssen keineswegs etwa in menschlichen Schandtaten begründet sein, gewissermaßen, also in Umweltscheiden. Das große Problem, vor dem wir gelegentlich stehen, ist, dass wir das so schwer erkennen können. In der Natur ist alles so kompliziert. Und eine Kausalanalyse dieser und jener Effekt geht nur und nur darauf zurück, ist ganz schwer durchführbar. Also Ursache und Wirkung, dieses Feld ist komplex und die Ursachen nicht leicht aufzulösen. Vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit, mir die Biografie von Rachel Carson anzugucken. Und da gibt es dann gleich eine Reihe von Filmen, die man anschauen kann. Das hat mich sehr daran erinnert, dass meine Mutter früher mit so einer Flittspritze herumlief. Das war in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und da war unter anderem wahrscheinlich Hexaglorzyklohexan drin, ein ziemlich giftiges, zyklisches Molekül, das sehr ungesund für Insekten ist. Man hat es auch verwendet, um Menschen einfach als Ganzes zu desinfizieren. Mir wurde gesagt, in Gefangenenlagern und so weiter, würde es auch verwendet, um Flöhe und Läuse und so weiter zu bekämpfen. Seitdem die organische Chemie im 19. Jahrhundert um 1865 erfunden wurde, hat die Menschheit seither möglicherweise ein paar Millionen synthetischer Substanzen kennengelernt. Und viele von uns sind noch immer auf der Woge, dass das alles Fortschritt sei. Also der erste Aspekt aus diesem Film ist, wie viele Vogelarten kennt ihr, wie viele Vogelarten nehmen zu, wie viele ab oder stellt ihr gar nichts fest. Es kann auch sein. Jede Antwort entspricht einer persönlichen Beobachtung oder persönlichen Wahrnehmung. Gehen wir also weiter zu der Evolution der synthetischen Chemikalien, die Menschen in die Umwelt bringen. Da ich selbst Chemie studiert habe, weiß ich, wie leicht das geht. Wir hatten damals, als ich begonnen habe zu studieren, in Freiburg eine ganz unzureichende Kläranlage, unter anderem durch studentische Initiative wurde dieser Missstand dann bald beseitigt. Aber natürlich kommen diese Substanzen in die Umwelt und der Begriff Persistenz ist bekannt. Das heißt einfach sehr widerstandsfähig sein, wenn ein Stoff persistent ist. Das ist so ein bisschen im Zusammenhang mit impertinent. Das geht eigentlich auch überhaupt nicht. Es wurde dann in den 60er, 70er und 80er Jahren weltweit bekannt, dass diese organischen synthetischen Verbindungen zumindest zum Teil Probleme für den Fortbestand von Tieren bedeuteten, insofern sie etwa bei den Vögeln verhinderten, dass die ordentlich stabile Eischalen entwickeln konnten, sodass, wenn die Vogelmama sich auf die Eier setzte, die Eier zerbrochen sind. Dieses Problem könnte möglicherweise beseitigt sein, jedenfalls hört man wenig davon, und eine Reihe von Vogelarten, denen man 1970, 75 ein baldiges Verschwinden in Europa voraussagte, sind inzwischen wieder aufgetaucht oder sogar reichlich geworden, wie beispielsweise der Graureiher oder der Schwarzstorch. Also Fluktuationen. Und das ist für uns immer sehr schwer, womit ich hier keineswegs die Dramaturgie der Situation abwiegle. Es ist immer sehr schwer, die Ursachen zu erkennen und schließlich sagen zu können, Du oder Sie als Firma sind zuständig. Schon in den Anfangsjahren des Umweltschutzes war es für die Skandinavier sehr schwierig nachzuweisen, dass die Ursachen für die Versauerung der Seen in Südskandinavien, die man damals feststellte, von bestimmten Firmen, zum Beispiel in Deutschland oder aus Belgien, aus dem Kohlenpott jeweils dieser Länder, gekommen wären. Das ist jetzt ausnahmsweise mal kein Donner. Wir haben gerade aber viel Donner. Was die Ab- und die Zunahme der Tiere betrifft, so kann ich dazu sagen, es gibt auch hier auf Haliotes oder im Gebiet Südportugal eine ganze Reihe von Bestandsveränderungen, die auffallen müssen. Und das hängt zum Teil mit der Bodenbearbeitung, zum Teil mit der klimatischen Entwicklung und möglicherweise auch zum Teil mit Gift zusammen. Allerdings gibt es hier in Südportugal keine solche Industrie, die die übelsten Gifte in die Welt gibt. Das ist dann bei Sevilla oder weiter im Norden Portugals sehr viel eher der Fall. Also wer bei uns zum Beispiel eklatant fehlt, ist die Samtkopfgrasmücke, jene interessante Grasmücke mit dem relativ langen Schwanz, dem auffallenden Weiß, ihrem sehr charakteristischen, speziellen Gesang mal nachgucken. Ich gebe hier in dem Film eine Quelle, um sich mal eine Samtkopfgrasmücke anzuschauen. Auch das Antlitz der Samtkopfgrasmücke ist durch eine besondere Eigenart unvergessbar. Was hier auch verschwunden ist, ist die Heiderlerche. Das liegt einfach daran, dass sich die Landnutzung in diesem Permakulturbereich geändert hat. Es ist alles inzwischen sehr viel fruchtbarer geworden. Ich kann aber sagen, dass ich jetzt, entgegen der Zeit von 2002 bis 2006, ein Geländepraktikum für tierökologische Bestandsaufnahmen hier kaum anbieten sollte. Warum? Die Studierenden hätten hier nicht mehr so viel zu tun wie anfangs. Eine ganze Reihe von Tierarten sind verschwunden, unter anderem übrigens auch, weil gerade eine neben mir herfliegt, die Stechmücken. Extrem zurückgegangen. Die Stechmücken und die Knitzen und die Griebelmücken, die hatten wir in den ersten Jahren in großen Mengen. Das heißt, die Feuchtgebiete hier in der Region sind massiv zurückgegangen. Und eine Tendenz, die ich dann bei meinen Fahrten von Deutschland unter anderem nach Portugal, aber auch in andere Länder feststelle, ich war ja in jüngerer Zeit in Schottland und auch in Schweden, eine weitere Tendenz ist ganz ernst, dass nämlich meine Windschutzscheiben sauber bleiben. Ich kann tatsächlich 2400 Kilometer durch die Lande fahren, von Seminar zu Seminar oder von Auftragsort zu Auftragsort. Darauf komme ich gleich noch. Und die Scheiben müssen nicht geputzt werden. Wenn meine Eltern früher mit uns Kindern durch die Lande gefahren sind, nach ein bis zwei Stunden war die Scheibe so voll Insektenresten, dass mein Vater sich lautstark geärgert hat, wenn er das reinigen sollte. Und ich habe so etwas in Südungarn noch in den 80er Jahren erlebt. Schwarmflüge von Zweiflüglern fliegen im weiteren Sinne, aber auch von Libellen, wie sie damals schon in Mitteleuropa meines Wissens nicht mehr gab, wie sie aber aus der Literatur um 1900 noch regelmäßig beschrieben wurden. Ob sie das nun schon an den Vogelarten ihrer Umgebung festmachen können, an den Insekten kann man es. Das kann mittlerweile jeder. Und es gibt einen indikatorischen Satz, der lautet hier dann so ganz erschreckt, Bernd, hier ist eine Fliege in der Küche. Oder ein lieber Verwandter sagt, oh, da ist eine Wespe. Wir hatten früher hunderte Honigbienen, Wespen und dann auch manchmal Hornissen auf den Wassermelonen, die hier gegessen wurden. Mittlerweile kann ich die Wassermelone hier herlegen, da geht kaum noch jemand hin und holt sich was. Ich möchte hier ausdrücklich sagen, dass ich nicht schwarz male. Ich kann das auch gleich begründen, warum. Ich kann nur einfach feststellen, dass es so ist. Es gibt wenig oder fast nichts davon und davon und davon. Und ich kann das begründen mit Beobachtungen, die wir vor vielen Jahren an der Weser gemacht haben, zwischen 1987 und 1987 und 90 bis 2000. In der Zeit hatten wir ein großes Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben, welches uns erlaubt hat, mehr als zehn Jahre lang kontinuierlich Bestandsaufnahmen durchführen zu können und zugleich eine kleine Menge Landes an der Weser auch in Naturschutz Landesbesitz zu überführen. Es waren irgendwie so was wie 60 Hektar. Wir konnten in diesen Jahren feststellen, dass eine ganze Reihe von Tierarten, die wir anfangs nicht gefunden hatten, entweder noch da waren oder wieder gekommen sind. will sagen, das was wir im Augenblick erleben ist eine sehr weise Natur, sie war noch nie anders übrigens, in Klammer, weshalb auch Menschen zur Weisheit befähigt sind und dieses Potenzial nutzen sollten, Klammer zu. Und diese weise Natur zieht die verschiedenen Lebensformen zeitweilig gewissermaßen aus dem Feuer, nimmt sie zurück, reduziert sie auf Latenz, auf unauffällige Populationsgrößen, lässt sie dort überleben und wenn die Bedingungen wieder besser sind, dann kommen sie wieder hervor. Ich bin diesbezüglich sehr optimistisch, wenngleich ich sagen darf, dass mir manchmal in Anbetracht der verschiedenen Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten Klammer auf Ausrufezeichen Klammer zu der Optimismus nicht immer leicht auf der Zunge liegt. Ich kann nur deswegen trotzdem immer wieder sagen, das was wir einander geben sollen ist ermutigen. Und damit komme ich auf ein Thema, das in diesen Jahren ganz wichtig ist und von dessen Bedeutung, wie das Rotkehlchen gerade sagt, mir meine Eltern dann auch mehrfach Mitteilungen gab. Meine Eltern haben sich mehrfach um mich gesorgt. Ich habe dann eines Tages meine Eltern, die sehr lieb zu mir waren, ich bin nie geschlagen worden. Sie haben mir beinahe so ähnlich wie es in Eskimo-Familien oder Inuit-Familien gesagt wird, sie haben mir gegeben, was sie konnten. Das war nicht immer zu ihrem eigenen Vorteil. Aber sie haben sich Sorgen gemacht und ich habe meinen Eltern eines Tages gesagt, ich möchte eure Sorgen nicht. Bitte, ich bin jetzt groß genug, ich war damals 18, ich bin jetzt groß genug, ich möchte von euch nicht in ein Feld von Sorgen eingehüllt werden, sondern ich möchte, dass ihr mir vermittelt, Bernd, du hast unser volles Vertrauen, selbst wenn du Fehler machst, wirst du aus diesen Fehlern lernen und gut oder sogar besser herauskommen. wir vertrauen in deine Kraft. Meine Eltern haben das nach Kräften versucht und nicht immer fertig gebracht, denn sie waren in einer Zeit aufgewachsen, wo es sozusagen en vogue wurde oder modern sich Sorgen um andere zu machen. Gene Liedloff beschreibt in verschiedenen Texten über ihre Erfahrungen mit südamerikanischen Naturvölkern, dass die Mütter angesichts von Unfällen ihrer Kinder, die sie sehr lieben, nicht in Panik geraten, keine Sekunde in Panik geraten. Sondern ganz ruhig dafür sorgen, dass das Problem, der Unfall oder was auch immer passiert ist, so schnell wie möglich angemessen gelöst wird. Panik hat da überhaupt keinen Raum und wenn ich mal hier rüberschauen darf, einfach in unserer Gesellschaft, bei uns gibt es Notärzte, ich dürfen zu keiner Zeit Panik bekommen. Notärzte sehen oft die entsetzlichsten Zustände. Sie müssen durch diese Zustände durchgehend die schnellstmöglich beste Eingebung erhalten, was kann ich jetzt hier tun und diese umsetzen, obwohl es oftmals beinahe Übermenschliches verlangt. Ich glaube, das weiß jeder. Und Liedloff beschreibt so eine kleine Geschichte, da hat ein Kind seinen Fingernagel rausgerissen und es tut weh und die Mutter nimmt dieses Kind und bringt es sofort zu Frau Liedloff und lässt es dort behandeln. Und Liedloff sagt in einem anderen Zusammenhang, das größte Geschenk, was die Mütter und Väter ihren Kindern dort geben können, ist das hundertprozentige Vertrauen erstens in sich selbst, Mutter oder Vater, das Richtige zu tun und selbst bei einem Fehler zum Richtigen zu finden und zu wissen, das Kind kommt durch. Das kriegen wir geregelt. Für das Kind ist das ein unschätzbares Geschenk, weil es damit von seinen Bezugspersonen Vater, Mutter, Onkel, Tante, Bruder, Schwester vermittelt bekommt, ich habe Vertrauen zu dir. Jeder von uns kennt das. Zu dir habe ich kein Vertrauen. Zu dir habe ich viel Vertrauen. Es ist vollkommen klar, wem es besser geht. Sparen wir nicht daran, mit aufbauenden Informationen, selbst wenn wir sagen müssen, nein, so geht es nicht weiter. Aber das ist so, du kannst das. Im Zusammenhang mit Gesundheit bedeutet dies ein weiteres. Also zunächst einmal deutlich genug, wir wenden uns mit solchen Informationen an unsere Wahrnehmung. Der ganze Körper nimmt wahr. Unser Herz, unsere Nieren, unsere Ohren, unsere Augen, unser Kopf, unser Gehirn, sie nehmen wahr. Da gibst du keinen Stoff dazu, sondern du gibst die Kraft der Worte, besser noch die Kraft der Gedanken, wie Liedloff das ausdrücklich beschreibt, denn die Leute sind dort wortkarg. Also die Mutter eines dieser Kinder brachte ihr Kind nach dem Unfall einfach hin und zeigte kein Wort. Es erinnert mich sehr an die Lehre durch Zhang Zhao Ping, der, wenn er uns seine Tai Chi, seine Qigong-Übungen vermittelt, sehr wenig spricht. Also das Erste und Obergeordnete auf dem Wege zur Gesundheit ist die Vermittlung einer Geistigen, einer Botschaft in Worten, in liebevollen Blicken oder möglicherweise sogar geschlossenen Augen und Hingabe in der Gestik. Dazu ist es wichtig, dass im Grunde unsere gesamte Gestik, ob es nun über die Muskulatur im Unterarm wäre oder hier im Gesicht für unser Gegenüber zugänglich ist. Deswegen haben wir vielerorts auf der Erde mit Recht ein ungutes Gefühl bei Vermummung. Denken Sie an die Kuckucksklan Kleidungen aus den USA oder die Verkleidungen, die manche Schamanen bei Naturvölkern anlegen, um gleichsam in einen anderen Geist, in ein anderes Wesen zu schlüpfen. Der andere Aspekt ist nicht so sehr das Mentale, sondern entweder das unmittelbar Taktile, das Berühren, also beispielsweise das Massieren, Sondern auch die Gabe von sogenannter Medizin. Was das im Einzelnen sei, das tut zunächst einmal nichts zur Sache, aber es hat guten Grund anzunehmen, dass Menschen, seitdem sie auf der Erde sind, und das schon zu Zeiten der Neandertale und des Homo Erectus, einander in Notzeiten Medizin gegeben haben, diese Medizin nicht nur in mentalen Botschaften bestand, sondern auch in stofflichen. Nimm dieses Zittergras und es wird dich heilen von, wäre eine solche Aussage. Und die Frage, wie viel wir davon nehmen, ist wiederum eine, die abhängt von dem Medizintyp. Da kann ganz wenig drin sein, da kann gar nichts drin sein, da kann sehr viel drin sein, es gibt dies alles. Ein ganz grundlegender Satz bei aller Heilung durch Medizin lautet, der Erfolg gibt dem Heilenden Recht. damit wird nicht festgelegt, was er zu geben habe. Und ich empfehle herzlich, sehr empfindsam zu beobachten, wenn uns etwas vorgeschrieben werden soll, irgendein Onkel kommt und sagt, das musst du nehmen. Nein, so geht es nicht. Es ist entscheidend, dass der oder die Heilende die Hoheit bekommt, ich gebe dir das jetzt. Und wie mir mal ein Arzt, dem ich sehr viel verdanke, Dr. Heiner Steinrück, sagte, ich sagte meinen Patienten oft, so hat er mir berichtet, ich habe sie nicht geheilt. Sie haben sich geheilt. Ich kann zu ihrer Heilung nicht viel tun, aber so ein klein wenig, ich kann die Schwelle, dass sie ihre Heilung annehmen, ich kann die Schwelle reduzieren, ich kann wie ein Katalysator wirken. Und damit dürfen wir uns über eines im Klaren sein. Wann immer Heilung geschieht, ganz egal was wir nehmen, ob uns jemand sagt, du musst ein Stück von diesem Hut nehmen, der wird dir helfen, oder du musst Aristolochia nehmen, oder Eichenblätter, oder du musst irgendeine Substanz wie Ivermectin oder irgend so etwas nehmen. Letztlich, wenn wirklich Heilung eintritt und nicht Symptombekämpfung dann wird der Körper und Geist diese Einheit, die auch hier vor euch sitzt, sich selbst heilen. so, da musste eben mal was getan werden an der Kamera. Das Körper-Geist-Gefüge, das jeder Mensch ist, heilt sich selbst, wenn bestimmte Glaubensmuster verschwunden und andere wirklich heil, wirksame Glaubensmuster zur Wirkung kommen. die verschiedenen Stoffe, die wir einander geben, ob es nun ein Tee oder ein synthetisches Pharmakon ist, haben, wenn sie wirklich der Heilung dienen, einen Effekt wie ein Placebo. Man beachtet das. Und ich sage das immer im Bewusstsein der Tatsache, dass ich mich irren kann. Was bleibt dann davon, wenn ich nicht sagen kann, dass das hundertprozentig so ist? Erstens, ich bin davon hundertprozentig überzeugt, aus meinen Erfahrungen. Zweitens, ihr begegnet mir, anderen Mitmenschen, nehmt deren Überzeugungen auf und gewinnt daraus eure eigenen. Und drittens, werden wir alle mit der Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde, oder wozu auch die Entwicklungsgeschichte unseres Wahrnehmungsbewusstseins gehört, immer klarer und erkenntnisreicher. Ja, das kann der Zaunkönig nur bestätigen. Und ich greife einen ersten Teil aus diesem Film nochmal auf. Ich will darauf hinaus, dass es des Glaubens bedarf, nicht irgendeines im Sinne einer Religion oder eines Vereines oder so. Es bedarf des Glaubens aus tiefem Wissen. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Die Konsequenz aus all dem ist, übernehmen Sie für alles die Verantwortung und geben Sie sich größtes Vertrauen, dass Ihnen in der richtigen Sekunde des Lebens genau das einfällt, was erforderlich ist. Das heißt, geben Sie auch Ihrem Immunsystem das Gefühl, du, du schaffst das. Und dann überlegen Sie sehr genau, was Sie noch brauchen, außer dieser inneren Wahrnehmung, kräftig zu sein. Und wenn Sie dann merken, dass Sie beispielsweise zu wenig Licht haben, Vitamin D3 ein Problem sein konnte, dann supplementieren Sie Vitamin D3 und so weiter. Und wie wir in anderen Zusammenhängen gesagt haben, es ist ganz wichtig, wilde Pflanzen zu nehmen, tatsächlich Wildkräuter zu verspeisen und die Kroatien der wunderschönen Bewegung bei Tai Chi, Qigong, Yoga, Tensekreti, was Sie auch immer machen möchten, in Ihre Lebenspraxis zu integrieren. Und beim Laufen, und wir können gar nicht so viel laufen, wie wir bräuchten, denn wir sind Läufer, beim Laufen setzen Sie den Ballen des Fußes vorne auf. Nicht auf die Hacke, sondern auf den Ballen durch die Landschaft gehen. Es dient dem ganzen Körper. Es wäre viel zu sagen in der Konsequenz all dem und wir sprechen uns wieder. Alles Gute. das Gute mit